hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft vcb's revelation mit mir euren lyria da hinten einem opa zockt und der überraschungsgast das letzte folge die überraschung versaut hat dem felix gaming was versaut und jetzt her du kommst jetzt ich auch die smelterie die wird langsam auch größer ist aber auch echt zeit ja damit man damals mehr als sechs steine schmelzen kann richtig richtig ich habe jetzt hier schon mal den ganzen boden brauchen wir später nur noch umranden ja auf alle fälle wenn wir schon redstone hätten würde ich sagen könnten wir redstone glocken machen aber das oder ein trichter aber das kann man ja noch nicht ja ich mache erst mal weiter den stein weg prügeln was auch sehr praktisch ist da vorne ist eine schleiminsel mit ich glaube mit violetten schleim setzlingen da könnte man vielleicht sich schon mal langsam auf night slime konzentrieren kann sein ja opa hat auch überlegt wie ich was wir darauf sagen sollen wie viel erfahrung hast du mit minecraft felix anuta ja das wäre mein antwort auch darauf gewesen es geht ich habe ja auch beim vorherigen projekt was du mit opa gemacht hast mit gespielt ja felix kann turdl bauen das ist mein profi gebiet ja wunderbar wir brauchen immer eine u-bahn zum butze die putze ist da hinten in 246 1423 wird ungefähr ja genau so was in der art kostenvorschlag morgen ja wir nehmen nur kostenlose sklaven arbeiten ich glaube der stein der stein ist aus naja das heißt jetzt muss bis hier was du dann da die ich würde sagen diese brauchst du ach ja genau der weh ne moment mal was machst du da wir wollten noch ein vierer ach fuck hier ist ja noch gar ich dachte ich habe was falsch gemacht das war das mal opa ich würde fast gern den diurid abbauen wenn man sich vielleicht was daraus bauen kann ich glaube nicht dass du zu diesem zeitpunkt diurid abbauen musst ich glaube ich bin mehr als genug diurid wenn wir irgendwann mal irgendwas in richtung ich weiß nicht ob sie auch so was hat mir gesagt 4 also 1 2 3 4 dings 1 2 3 4 das heißt hier müsste wann der hinkommen und hier wäre dann der weg genau hier wo ich gerade bin genau hast du richtig dann hole ich mal wasser so machen wir doch das schon mal das heißt wir haben jetzt hier weizen und reis wir haben kartoffeln und karotten noch in der kiste entweder der saatkiste oder der anderen kisten wo essen fertig drin ist ja so eine koffe weiß nicht genau welches gepackt hat bin vergesslich koffeln karotten dann brauchen wir noch äh pepperoni äh für chili meinst du meinst nicht pepperoni du meinst chili wahrscheinlich nein pepperoni und chili pepper pepper pepperoni gibt es ja auch ja das passt aber soweit ja holz gleich holz habe ich schon in eineinhalb stacks marken kann ich gleich einpflanzen ich würde sagen hol noch mal einmal wasser darf ich mir gleich mal erde ausleihen und mal minimal ein bisschen dass die breiter bauen dass man hier minimal ein bisschen besser längs laufen kann und nicht sich direkt denkt einen auf ich war mal kurz nicht schluss machen wer da geht es gleich weiter was das würde ich ich komme zu denen damit damit ich verstehe was du meinst ja da würde ich gleich gebrügelt er kommt ja auch später noch eine brücke hin da müssen wir da kommt der feld hin bleibt mal kurz stehen opa wir haben immer kurz das holz sind werde ich das oder wie das oder wie das in das feld hier weg ich weiß nicht ich war jetzt auf dieser seite ja ich bin gerade direkt bei dir wer von euch braucht holz oder solch eine kiste packen kiste kiste alles in die kiste bitte ich kiste holz nehmen die küche im schlafzimmer ja genau genau küche im schlafzimmer ja versprechen ja das war kipps doch zu ja ich kack es immer kennt mich doch ja mein finger hier so ja gut oder wir nehmen auf die seite hier nur ein feld scheiße haben wir noch irgendwo flint ich hab noch zwei theoretisch ich brauche flint für mein werkzeug weil das ding im eimer ist im haupteingang obwohl ich will gerade es geht auch stein der schaufelkopf ist aus stein aber haupteingang jetzt habe ich sie hier zurück dazu geworfen ah danke auch das ist der haupteingang nebeneingang haupteingang oh ich krieg grad meinen plan für nächste woche geschickt das ist natürlich geil tja dann heißt es nächste woche nicht spielen sondern arbeiten ich habe von actual editions mittlerweile so viele würmer gekriegt damit könnte man die felder beschleunigen wenn man die ja damit besetzt wenn du noch worten kann man auch braten aber um die ernte zu beschleunigen wäre es sinnvoller wenn man sie damit verwendet es wird gerade schön dunkel wir brauchen hier mehr licht hast du deine video settings of bright? ja das ging mir auch juri aber schön dass du deine videos auf zweiter sofa hast du noch mal? hättest du mal die letzten folgen die angeguckt dann wärst du viel besser vorbeut und wüsstest das da auch schon so viele folge online ja ja ich nehme noch nicht zum ersten mal auf und ich nehme auch generell nicht zum ersten mal auf einer noch bitte mit ins bett ja gut man muss dazu sagen wir nehmen jetzt im dezember auf die folgen ich glaube die folge das müsste jetzt für irgendwann den 8. oder 9. januar sein es ist noch keine folge ausgekommen von der ersten aufnahmesession deswegen weiß felix mehr oder weniger nichts da kommt einer das ist richtig aber du hättest ihn auch darüber informieren können opa selber gucken das war schließlich deine idee felix einzuladen ja eigentlich habe ich ihn gezogen weißt du ja was nicht was nicht heißt dass ich dich nicht willkommen heiße felix ja er ein felix hat mich gezogen er hat gesagt ich spiele nie wieder mit dir und ich habe dann einfach gesagt geh doch verpiss dich und er gesagt jetzt spiele ich erst recht mit ja und dann bin ich nicht mehr los geworden warte mal gammelfleisch kommt doch in diese eine truhe genau kannst du ich kann mir gleich mal an die wand hängen ja ich mache mal ein paar regale trocken nee du hast überall weißt du was diesen zwischenweg hier zwischen küche und smeltery mache ich eine ganz normale wandmauer hin dann kann ich da trockenregale dranhängen weil du hast das ganze aus der schweizer käse also wenn ihr ein statiker rein käme da wird ein heulkrampf kriegen und lassen rollen wir werden hier reinkommen er würde fragen was hat denn der auch bei ihr gemacht das haus hält doch nicht genau die 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 komischen grünen statiker da die sind halt kacke die kommen rein und sagen ach du scheiße kannst du noch mal hier so nix machen ein loch katsch einen einen wasser hier ein loch ein loch im eimer ab zufälligerweise wasser einmal dabei gut dann passt das ja schon mal da kommt einer ich kümmere mich dann gleich um die holz flöcke also nicht um also nicht um vampire zu wählen sondern um obst oder chili anzubauen ja noch nicht da haben wir doch schon angepflanzt ja brauchen wir aber noch nicht weil wir haben noch keine noch keinen platz wieder jetzt mache ich hier erst mal kartoffeln und karotas hast du noch zufällig was an einem zaunt vor kannst du hier noch eins hinsetzen oder brauchen wir hier nix das stimmt hier kann man drüber ich würde sagen ich bremme langsam ein bisschen stein dass hier mal ein bisschen was am boden hinkommt ich wollte noch mal was mit der schüssel versuchen ausprobieren wollte dass es besser aussieht das ganze das ganze vergessen das ist das problem ja dann fängt die unsymmetrie an das funktioniert nicht richtig mal gucken was haben wir denn hier noch so schönes an essen wenn man da hier eine tür reinkommt kann man das hier schon mal machen vielleicht so mit der stufe vielleicht so ein bisschen verfeinern ich glaube das macht man von außen ich glaube ich werde koch hier ja dann fangen wir an zu kochen felix und ich haben hunger ah flaxseed müssen wir auch noch haben richtig da war doch was mit flaxseed das ist ja auch noch nichts ach guck mal hier sind ja auch noch seeds drin oder seeds koffi seeds brauchen wir auch nicht und flaxseed ja flax definitiv aber ähm ja ich wollte mich da um stein ähm moment erstmal eisen ich wollte für eisen für ein schweiz ein einzigen diamanten verwendet verschwende ich dafür nicht das ist ein iron wand ich werde ein iron shizzle hast du noch flint oder irgendeiner von euch ähm wenn du werkzeug hast das auch mit zum teil aus stein hergestellt wurde kannst dein werkzeug auch mit stein reparieren so wenn das werkzeug vollständig aus also der kopf des werkzeuges vollständig aus flint besteht lässt es sich nur mit flint reparieren so 28 brote haben wir dann schon mal also ich denke mal wenn wir so ein stack brote und sowas haben dann könnten wir schon fast mal wagen höhler so zu machen was zu machen wir meinen wir mal drauf liegen ich hoffe ich gucke mir das werkzeug an äh okay das was abgeil neun des kann nur mit flint repariert werden wenn nicht ihr ist bürst ist bedauerlicherweise erstmal nicht das war mal 3 1 kraften konnte das ist hier nicht drin immer die erde weg ja das passiert das warst du diesmal doch ich habe ich habe es genau beobachtet das können die zuschauer bezeugen das warst du ich habe mich ich habe mich deckt aufgehört und was weitergeprügelt und war der fall weg das lag an dir haben wir den eltern nie beigebracht man soll nie man soll nie auf andere schieben ich schiebe auch nicht auf andere das ist ja immer noch nicht zu opa da vorne irgendwas hallo du solltest nicht stoppen marvel brauche ich für astral sorcery das reicht nicht nämlich nämlich guten alten stein ja ich weiß nicht mehr, wenn du da durch gehst ja ich weiß nicht mehr, dass du da durch abgeht ja ich weiß nicht mehr, dass du da nicht mehr ja ich habe nicht mehr, weil du so gut wirst du zufrieden gemacht ja du bist dort weg jetzt minimal ein bisschen mehr als dreieinhalb sechs doch nicht ja mach das mal gleich damit das zurück wachsen kann scheiße wir brauchen können wir nicht auch den ofen von tinkers gebrauchen der brennt auch mit laba da kann man auch zum beispiel steils aus down clean stone machen kannst du auch mit den normalen üben machen ja aber wir brauchen dauernd brennstoff wie kohle ja gut dann schmeißen wir rein ja geht es gerade nicht ja sie ist nicht damit wobei der blick mit brot dann mache ich eben noch ein öfchen kohle rein auch zwei beinandersetzen und da noch ein gut 16 ist es nicht gerade die welt aber das reicht erstmal aber ich muss sagen wenn du kurz zeit das kommt ja mache ich ich muss sagen das gefällt mir schon ganz gut ich will sagen das gibt einen perfekten ja ich muss ja ich mache schon mal ein screenshot für warte 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 stopp wenn wenn du das schon mal ein screenshot vermaßt ja ich nutze es ja noch nicht die wege sollen erst gebaut werden ich hier ein tor eingesetzt ich habe eingesetzt damit nur zwischen den beiden her laufen kannst wo wollt ihr jetzt den eingang zu einer mine haben die minen eingang haben wir schon da kommt eine ganze armada von zombies ich bin das lustig von hier aus zu beobachten wie die zombies sich darum herum schleichen aber ich sehe es ja nicht felix willst wissen der kalt sich schon die ersten vier alle auf felix alle auf felix alle auf felix ich helfe die zombies alle auf felix ja ich hätte auch gleichzeitig den felix nicht dass er gleich gekillt wird das muss nicht alle auf inyria ja nicht sagen aber inyria hat ein schwert ich würde das nicht gerade unbedingt angehen gegen ihn wieso ich habe ein schwert auch nur gegen die zombies gekämpft nicht gegen euch weiß aber ich würde nicht unbedingt gegen inyria kämpfen wenn man weiß dass du ein schwert hast das kann gut und gerne mal nach hinten losgehen was meinst was passiert wenn ich die anbrust habe dann sind wir kann und oder ich habe mein ich habe eine armbrust gebaut in meinem eigenen spiel ich gebe nur einen einzigen schuss ab auf die viecher one shit one hit sofort gekillt wollte es mir zeigen wo das hin soll oder wo das ist super achso ja moment wir haben auch vorher mal pennen ja seit wann kann man auf zäune rausspringen das geht seit 1 12 ja das ist aber nicht so wirklich toll nein nicht so wirklich weil wenn du zum beispiel in der void welt spielst und du umzäunst das weil du meinst jo ist bist du sicher ehe du dich versiehst ups fällst du ins nichts war schon ganz naja sinnvoll als es noch nicht ging jo so jetzt gucken wir mal was wir schütteln können hier rein und dann halt von hier aus mal gucken wie weit wie weit es hier geht also eigentlich wenn es jetzt hier nicht in diesem billigen eisenschüssel nicht gewohnt hier unten geht es tatsächlich nicht weiter dann halt irgendwie versuchen ja halt nach hier unten irgendwie da hinten die die stuch zu graben wenn es dann nicht weiter gehen sollte hast du noch nahrung dabei nein und nein ich brauche nahrung und vielleicht fackeln das sieht ja komisch aus ne da hätte ich doch ganz lieber gerne diesen schönen diamantschässel aber bis wir dazu gekommen sind das dauert noch und vielleicht sehe vielleicht schick aus ja ich glaube es hat was nehmen wir doch mal die road hier opa was hältst du davon absolut gar nix wieso gar nix keine ahnung muss mal gucken ja was ja das sieht gut aus ja haben wir schon mal boden wunderbar jetzt kann man vielleicht sogar ein bisschen dünger herstellen und hier so seitlich ne warte mal blumentöpfe hattest du gesagt ne ja guck mal hier vorne komm mal her sauber hier haben wir schon mal was wir können wir ernten aber ich finde diese kleinen ja die kleinen büsche finde ich nicht schlecht oder wir machen da halt die großen büsche und lassen die komplett rumwachsen ja aber würde ich sagen unterm fenster die kleinen büsche da wo die mauer nach oben geht nehmen wir diese großen hecken ja ja und die müssen wir erstmal züchten soll ich noch ein paar dieser büsche holen hier sind noch welche welche was hast du welche welche die du gerade vor der haustür gesetzt hast achso ja gut die brauchen wir erstmal glaube ich nicht aber gut zu wissen dass wo bist du da hinten gut nämlich auf der anderen Seite sind noch welche ja ich habe mir noch drei stück mitgebracht gucken was es hier noch zu entdecken gibt hier sind Flaxseeds brauchen wir noch welche äh nein Flax haben wir genug gut mehr als genug so ok das passt aber ich bring vielleicht noch ein bisschen Mond und sowas mit weil da kannst du auch so Blumenkörbe mit bestücken ich suche gleichzeitig Büsche also Brombeer und Beerenbüsche alle gemein weil die kann man ja auch so richtig schön am Haus dran setzen das sieht auch richtig geil aus ein bisschen Gras verprügeln dass wir noch ein bisschen an Tomatensamen oder Chilisamen kommen jetzt Gammelfleisch Margerite was macht man mit einer Margerite nur hellgrauen Farbstoff ja das geht doch auch aber da haben wir später auch Botania für da brauchen wir nicht allzu sehr viel davon hier ist auch ein Höhleneingang Oh Unusual Hive brauche ich einen Scoop für später schwarze Schafe die sind auch selten wäre auch nicht unpraktisch muss eigentlich ein Schmelz immer quadratisch sein du kannst sie auch längs machen wenn du willst rechteckig ok feuchter Garten gucken was da rauskommt pfefferminz reis und spargel hier ist ein blueberry busch den können wir schon mal auch einpflanzen brauchen wir auch Bali Nein das kannst du vergessen das kannst du für nix benutzen warte mal ich weiß nicht warte mal aus Bali kann man auch glaube ich Brot machen oder nicht Nein das ist Bali ist dieses industrielle Zeug da kannst du nix draus machen wo sich dich enttäuschen drei Bali aneinander gibt ein Brot oder Bali einzeln gibt Mehl und Mehl kannst du im Ofen zu einem Brot backen ok dann ist es auch neu gut zu wissen nö so neu ist das gar nicht das weiß ich schon länger was ist das hier für ein Baum da wachsen stachelbeeren dran ein stachelbeerbaum ich bin auf der Tasche an einem stachelbeerbaum wachsen stachelbeeren hm das ist natürlich eine unbezwungene logisch alter unglaublich nee deswegen so habe ich das nicht gemeint wir können an einem stachelbeerbaum boah ey ihr quatschköpfe ich habe damit gemeint wir können bei uns alter Schwede Opa hast du noch nie an einen Garten gedacht mit äh mit Bäumen wo Sachen wo Früchte dran wachsen ja doch aber mit stachelbeeren alter alter stachelbeeren stachelbeeren überleg dir das mal stachelbeeren ist ja schon gut man die wachsen bestimmt am Garten äh Apfelbaum als Mordobarsch ich komm dir gleich rüber traumhaft traumhaft ich glaub ihr braucht mal wieder ein bisschen Lava ja auf jeden Fall ist der Lava Lava ja so ein kleines bisschen aber erst in der nächsten Folge würde ich sagen ja würde ich auch sagen die Folge ist vorbei liebe Zuschauer ich hoffe ihr habt einen Spaß genauso wie wir wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin tschau tschüss tschüss tschüss